Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere geliebte Mutter. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Maria jubelt heute im Evangelium nach der Begrüßung durch Elisabeth. Und sie jubelt darüber und sie sagt, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Liebe Brüder und Schwestern, diese Worte Mariens, die geben mir immer wieder Mut. Gott schaut auf unsere Niedrigkeit. Er vergisst uns nicht, auch wenn wir uns sehr klein fühlen, wenn wir uns vielleicht nicht so groß fühlen, nicht so wichtig fühlen in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, wenn wir uns niedergedrückt spüren vielleicht. Gott schaut auf unsere Niedrigkeit. Und dann lobt Maria Gott und sie fängt an zu danken für all das, was er an ihr getan hat. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Und das Größte, was Gott an ihr getan hat, ist, dass er ihr, seinen Sohn, Jesus Christus, anvertraut hat, damit er unter ihrem Herzen wachse, damit er später auch in ihrem Haus, in ihrer Seite aufwachsen kann, damit Jesus später von Maria begleitet wird bis hin zum Kreuz. Großes hat der Herr an mir getan. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und das tut Gott auch für dich. Er tut es für uns. Er schaut auch auf unsere Niedrigkeit. Öffnen wir unsere Herzen und bitten wir Maria, dass sie uns Lehrmeisterin ist, dass sie uns lehrt, mit ihr auf das zu schauen, was Gott alles für uns tut und schon getan hat. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.